Hey Internet und Youtube hier! First of all... Du! Du mein Freund! Ich bin Cop, geh mir aus den Arm! Woher gehst du denn? Ja, ja, Schatz! Ja, nein, ich bin mein Zuhause! Feindliches Gebiet! Du bist hier ganz alleine mein Freund! Das ist perfekt! Frankie Boy! Zapfsäule sabotieren? No, warte! Ich will dich irgendwo verstecken! Shit! Ne, hier ist was! Hier ist was! Komm her! Ups, da hat mich fast jemand entdeckt! Was mach ich mit der Zapfsäule? Das wäre jetzt für ihn gewesen und dann hätte ich ihn wahrscheinlich anzünden können oder sowas! Mann! Das wäre viel schöner gewesen! Was? Was? Ups! Du bist wohl ein bisschen verlaufen! Also? 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 Ich bin zuhause, meine Mama! Ich bin genau! Okay, wie werde ich nicht los, mein Freund? Moment! I have no idea! Du musst doch irgendwo hingehen, oder? Ich hole hier keine Panik! Ich kann natürlich zwar easy-beasy abschießen, aber... Ja! Ja! Noch keine Spur vom Vogelmann! Was? Hey! Was wollen Sie eigentlich? Wir haben hier unten gerade Silvester! Ja! Ja! Ich melde mich wieder! Ja! Geh deiner Wege, mein Freund! Und mach irgendwas, was... Ja! Hier ist ja ganz großartig, wenn du dich hier hinstellst, weil... Hey! Brauchen Sie jetzt noch Tee? Wir haben den besten chinesischen Tee, den Sie sich vorstellen können! Hey! Ja! Ich kann wechseln! Tja! Okay, ich möchte mir langs... Ich will mich gar nicht dabei... Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Ja! Papier, Billy! Billy Boy! Hallo! Hallo! Oh, hey! Oh, nein! Billy... Oh, Mann! Wo geht er hin? In ein abgeschiedenes Eckchen, das wäre echt super! Oh! Ah! Sie sind neu hier! Willkommen hier bei uns! Dann geh jetzt zurück heran! Oh, er dreht auch um! Er dreht auch um! Perfekt! Fuck! Fuck! Ich hab Sie angerufen! Haben Sie die Birdie-Akte? Wenn du es so nennen willst, der Kerl ist ein Geist! Keine Vergangenheit! Nichts! Wenn du mich fragst, ist er ein Ex-Agent! So oder so! Das wird nicht billig, verstehst du? Meinem Boss ist das egal! Hey! Sie haben hier unten ne Menge cooles Zeug! Ich könnte ein paar Waffen gebrauchen! Habt ihr was am Laufen? Tja! Ist mir doch egal! Hey! Sie haben die neuen HX-UMP! Wenn ich schieße, ist glaube ich nicht so gut, oder? Nett! Oh! Und Hartkern-Munition! Die könnte auch ganz nützlich sein! Ach! Scheiß drauf! Ich nehm einfach von allem was! Das Spesen-Konto, hm? Ganz genau! Ich lass das Zeug später abholen, okay? War schön mit Ihnen Geschäfte zu machen! Oh shit! Aaaaah! Mama! Hier war doch die Birdies und Bird- Ah! Die Arcte ist weg! Oh! C4 Schaf machen? Mhm. Oh no! Ja, aber jetzt haben sie sich nicht unterhalten! Verdammt nochmal! Ja, woher sollte ich wissen, dass die hier runterkommen? Kommen die jetzt nochmal runter, oder? Wie sieht's denn aus, mein Freund? Wie sieht's denn aus? Verdammt! Zack! Shit, du Kacko! Oh man, das wäre auch perfekt gewesen! Ich weiß nicht, warum ich es gezündet habe, aber es war mir jetzt Wurst. Hallo? Hey Mann, was gibt's? Gott, du musst lauter sprechen, ich bin in China. Hallo! Ja, ich höre dich ganz schlecht! Hey, hey Sie! Keine Ahnung! Genau! Kommen Sie mal kurz her! Einfach stark, okay? So, hier sind jede Menge Raketen! Ja, jede Menge Leute! Ruf deinen Freund an! Pass auf, ich muss hier durch! Sicher, ich hab sie hier gewonnen! Und? Und? Ist immer gut, einen Kollegen zu sehen! Woin gehst du denn? Zuckibuppi! Also, wenn ich Birdie sage, was würden Sie dann sagen? Ähm, Sie wollen Peking enden? Falsche Antwort! Okay, Arschloch! Pass auf! Nochmal für die Schwerhörigen! Wo ist der Kerl, die... Shut up! Shut up! Dann machen wir es halt so! B, 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 B! E, 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 E! Get down to here! Tschüss! So, ein Sturz könnte tödlich sein. I'm sorry. Also nicht wirklich, aber... Okay, wo ist der nächste? Bitte. Der nächste, bitte. Okay, wo ist er denn? Ja, Schatz. Ja, nein, ich bin halt zu Hause. Ja, kommen Sie. Hier, zwei zum Preis für einen. Ich will nichts kaufen, verdammt. Ich muss mich in Ruhe. Investieren Sie in chinesische Aktien. Ich bin nicht gleich auf aus Inseln. I see you, my friend. Komm her, komm her, mein Freund. Ich bin genau... Dumm, 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 dumm. Woin, gehst du? Soll ich mich hinter dem Sushi verstecken? Ich gebe Ihnen eine kostenlige Probe. Nein, ich habe noch verletzen Sie. Ich bin in Chinatown, wozu... Billy, du gehst mir noch immer auf die Nerven. Oh, I see. Oh, I see. I see. Gehst du da telefonieren? Ich bin's. Ich bin tot, wolltest du sagen? Wolltest du das sagen? Ich bin's. Ich bin... Vielleicht etwas verdächtig während dem Gespräch, aber gut. Nun müssen wir nur noch Chinatown verlassen. Wir sind ganz wunnautfällig hier vorbei. Happy New Year, hier ist die früchte Party. Was? Brutal. Hässliches Totan-Sushi. Let's get out of here. Okay, okay. Exit, 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 exit. Adios, amigos. Yes! Did it! Nehmen Sie schon nichts weg? Birdie, wo ist er? Entschuldet mir ein Kaffee, Arschloch! Er ist mit diesem Cowboy, wir ganz übler Zeitgenosse. Heut mir die Innenstadt, glaube ich. Zu spät, 47. Ich muss tun, was zu tun hilft. Okay, Mr. Wade. Was wollen Sie eigentlich? Das Mädchen finden? Oder jemanden abknallen? Die Zeit läuft. Okay, Birdie. Schwerer Fehler, mein Freund. Schwerer Fehler. Schwerer Fehler. Schwerer Fehler, Birdie. Schwerer Fehler. Ja. Schwerer Fehler. Schwarzer Fehler,TEikk. Es ist so leer hier ohne die Kinder. Ich wünschte, ich hätte sie auf den Ausflug begleiten können. Sie sind es. Da bin ich aber froh. Victoria ist krank. Kaum geht es aufwärts da. Da atmet sie plötzlich nur noch ganz flach und die Ärzte wissen nicht, was ihr fehlt. Ihre Kette. Ach so, die liegt auf der Kommode. Der Verschloss... Hat irgendjemand nach ihr gefragt? Nein. Sie sind hier. Ich muss Victoria hier wegholen. Wo ist der sicherste Platz im Haus? Im Keller, im Keller würde ich sagen. Dann gehen Sie dorthin. Ich komme mit Victoria nach. Ja, ja, natürlich. Oh Gott, wir können uns beistehen. Gott ist unwichtig. Hitman ist hier. Muss ich dich jetzt schleppen die ganze Zeit? Danke. Sie sind zurückgekommen, wie sie es gesagt hatten. Ich hatte solche Angst. Oh mein Gott. Hier liegt ein Teddybär. Ja, auch. Teddybären! Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Und ich muss hier das Kind herumschleppen. Macht's gut. Tschüss. thinks David wie es ist. Szirie Jära笑 muss ich ihn drauf. Tschüss! recollection liquidez! Nie so viel Egypt. Ich wäre da geschwindet.